ja und wieder darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Let's Play in Brick Force und ich bin auf der Map no 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 ich bin auf der Map Eldorado und ist eine kleine Map no jetzt treff ich den nicht aber jetzt haben wir so gucken wir mal hier rum wie sie aussehen ich bin zum ersten Mal wieder hier und schön aufgebaut die Wände hier wahnsinn schön gemacht gefällt mir gut etwas größer wie die letzten Maps die ich vorgestellt habe hier ein kleines Deck hier soll ein Gewässer sein da geht es auch noch rein sehr schön wo kann man hier noch hier geht es rein sehr schön gemacht jetzt sind wir im Bergwerk drin zack aha hier kommen wir zu den Gegnern wahrscheinlich rüber wow die Steher hier kommen wir auch nochmal raus und sehr schön sehr schön jetzt werfen wir mal da eine Handgranate vor damit wir durchkommen hier geht es auch noch rum wo kommen wir hier entlang hier gehen wir mal rauf jetzt sind wir oben jetzt sehen wir uns das von oben an hier in der Mitte ist auch noch so eine Art Pyramide Pyramiden sind hier das ist mehr ägyptisch so wie es aussieht ich dachte mehr an Western wenn man Eldorado denkt dann denkt man immer an Western so dann da drüben steht doch einer und wo kann man hier hin hier ist noch ein aha hier ist der Deckel offen hier kann man drunter sehr schön gemacht sehr gut der kommt hier raus noch Gewässer hier sehr schön mir gefällt sie sehr gut diese Map ah Double Kill so 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 hier ist noch einer gewesen komm raus aus dein Re-Spam jetzt hat er mich ich hätte ich ihn doch als erster killen sollen aber egal hier geht es ja nicht um kills sondern um diese Map sie ist wirklich sehr schön gemacht Nanu was ist denn da los raus aus dem Becken jetzt aha ich treff ihn wieder nicht gut na komm schon na komm schon ich treff dich nicht du weil er eben nicht stehen bleibt da müssen wir härter eingreifen hier kommen auch noch hoch da hab ich doch einen gesehen da drüben so den holen wir uns auch noch und wo sind sie da unten ist einer gewesen kriegen wir nicht so dann gehen wir hier lang vorsichtig da könnte einer sein hier ist doch einer oder habe ich da richtig gesehen ne sind nur Fässer da drin da oben steht einer von uns was ist hier hier darf man nicht reinfallen hier ist man sofort tot geht's in den Abgrund und und ist nicht sehr schön wenn man da rein fällt so dann da oben ist einer hat er schon weggekillt sehr gut so was haben wir hier noch gehen wir mal hier rum das ist das das Gebäude was ich vorher schon war hier ein paar uh da hat er mich gesehen und hat mir hat mich verfolgt hat mich verfolgt da oben ist einer und so aber jetzt weg damit hier stehen sie auch überall herum mitten im weg aber na komm schon ich treff ihn wieder nicht komm schon hoch der steht schön da für mich so dreifach kill hat mir auch noch nicht oder ich wollte gerade gucken wo ich meine heilsanke habe da war es dann auch zu spät da ist einer mit raketenwerfer hier unterwegs also vorsicht schnell wegballern nicht dass er mich als erstes kill hier kann ich nicht gebrauchen so jetzt müssen wir vorsichtig sein wo die hier die spammen mhm hier ist einer der hat mich nicht gesehen sehr schön sehr schön für mich für ihn natürlich weniger schön wenn ich da mich anschleiche so hier ein bisschen dampf und wir lassen hier dampf ab auf dieser map auf die gegner gehen wir los und lassen da eben den dampf aus aber aber jetzt müssen wir erst einmal welche finden oh hier den killen wir gleich mal mit der granate wenn wir ihn sehen und ich meinen schnellen schuhen nicht dabei der läuft jetzt ewig im kreis da drin ist er ich habe ihn gerade gesehen tolle map muss ich wirklich sagen also wer oh jetzt kommt hier auch noch einer so so und da war der zweite oh hier geht es richtig heftig zu ach jetzt habe ich ihn nicht bemerkt hinter mir mit dem mit der keule bei baseballschläger oder was auch immer das sein soll das hat er jetzt nun davon wir nehmen gleich mal drache oh jetzt treff ich nicht jetzt treff ich oh zwei auf einmal drei das ist natürlich heftig für mich und nicht sehr schön wo bin ich jetzt ah jetzt gehen wir hier gleich rauf jetzt sind wir wieder oben können wieder runter gucken die schöne aussicht von oben genießen so wo sind die Feinde oh wo wo muss ich immer nachladen ich habe ja keine Waffen mit Max ab und daher geh weg ha kommt er mit seinem Tiroler Hut mit seinem weißblauen der Anton bestimmt der Anton aus Tirol jetzt treff ich ihn nicht der lag wieder oder alle gelben Pings da braucht einer Unterstützung ich kann ihm keine Unterstützung geben muss erstmal wissen wo sie raus geht und da bin ich schon jetzt gebe ich Unterstützung komm her komm her so da war er gleich mal gucken dass er weg ist hier und da unten kommt er wieder gleich wieder an gleich wieder an so wo ist er jetzt jetzt müssen wir ihn finden nicht dass ihn ein anderer killt da drüben ist einer komm schon komm schon auch treff ich wieder nicht so jawohl gut gemacht so den haben wir wo geht es noch hin wir bleiben erstmal nachher rum und gucken so also die Map ist wirklich toll gemacht gefällt mir sehr gut gefällt mir sehr gut und nicht die ist auch nicht zu klein finde ich so jetzt gehen wir hier rüber da waren sie gerade vielleicht trifft wir einen nein aber da ist er und da wurde er gekillt von uns und der nächste kill so wo sind sie da liegt einer da liegt einer jawohl gut brauche ich mich nicht drum kümmern wenn es mein Teamkollege macht schnell weg von komm ich nicht mehr weg somit müssen wir wieder suchen dann jetzt dato soll jetzt aber war noch knapp wie findet ihr die map bewertet sie gebt eure kommentare an so also wenn da gibt es ja das spiel auch eldorado glaube ich wenn ich mich nicht ihre gleich weg wollen so hätten wir jetzt noch wo geht es lang wo sind die gegner da unten habe ich einen respam gesehen und das war's gebt eure kommentare wie ihr die map findet das video findet es war wieder super schön auf diesem map diesmal von battlefly eldorado und ich bedanke mich für's zusehen sage bye bye bis zum nächsten mal ja 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 Vielen Dank.